Hallo, ich bin Harald Wagner, ich bin Produktmanager bei DELUX. Wir sind hier beim Shops First Try und stellen unsere neuen Schuhe vor für das nächste Jahr zum Testen und gucken, ob alles passt. Jetzt werden wir euch ein paar Produkte zeigen, um zu schauen, was so geht nächstes Jahr. Das ist der neue ID, V-Ross. Wir haben entschieden, dass Farben dieses Jahr ein bisschen runter gehen wollen. Wir wollten aber trotzdem krachen, deswegen haben wir einen in schwarz-weiß gemacht. Links und rechts verschieden. Der ID ist für uns einer der wichtigsten Schuhe. Wir haben den Pro-Flex ausgestattet, das heißt beim Flexen bricht der Schuh hier gewollt ein. Alles andere bleibt in Position. Perfekter Fersenhalt. Unser patentiertes Schnürsystem. Den Deckel haben wir neu gemacht, um noch einfacher zu benutzen. Und der Innenschuh kommt mit einem Heal-Harness für den besten Fersenhalt und vollen Support. Wir sind beim Shops First Try seit dem ersten Mal dabei und sind sehr zufrieden damit. Für uns ist das der beste Event im Jahr, weil er einfach super organisiert ist, weil alle die Chance haben, die Produkte zu testen, Feedback zu geben und wir damit super arbeiten können. Unser Standort von DELUX ist in Kufstein. Wir sind unabhängig seit 2002, es gibt aber uns schon viel länger. Wir sind so organisiert, dass wir die Boots selber entwickeln. Wir vertreiben DELUX Boots und entwickeln sie. Wir arbeiten zusammen mit Union Bindings, vertreiben diese und mit Kepeda Boots, die wir auch vertreiben. Wir sind bei der ISPO dabei auf jeden Fall und auch bei allen gängigen Events, die dann folgen, werden wir vertreten sein zum Testen. Also die Distribution heißt DELUX Sportartikel.com. Da sind alle Marken vertreten mit den Links und ansonsten ist es DELUX.com für die Boots, Union Bindings.com für die Bindungen und Kepeda Snowboards für die Boots.